Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Hören 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel Entschuldigung, ich suche das Lehrerzimmer. Ich muss da etwas abgeben. Das Lehrerzimmer? Da sind Sie hier im Erdgeschoss. Ganz falsch. Das ist im zweiten Stock nach der Treppe das erste Zimmer rechts. Zweiter Stock das erste Zimmer rechts. Dankeschön. Bitte, gerne. Beispiel Entschuldigung, ich suche das Lehrerzimmer. Ich muss da etwas abgeben. Das Lehrerzimmer? Da sind Sie hier im Erdgeschoss. Ganz falsch. Das ist im zweiten Stock nach der Treppe das erste Zimmer rechts. Zweiter Stock das erste Zimmer rechts. Dankeschön. Bitte, gerne. Gerne. Nummer 1 Guten Tag. Was darf es denn bei Ihnen sein? Hallo. Ich hätte gern etwas Obst. Was können Sie mir denn heute empfehlen? Ja, es ist natürlich alles wie immer sehr lecker und frisch. Aber besonders günstig sind heute die Bananen. Das ist ein super Preis. Nur 1,49 Euro das Kilo. Gut. Dann nehme ich ein Kilo Bananen. Und dann noch ein Pfund Birnen und drei Äpfel. Ja, gerne. Nummer 1 Guten Tag. Was darf es denn bei Ihnen sein? Hallo. Ich hätte gern etwas Obst. Was können Sie mir denn heute empfehlen? Ja, es ist natürlich alles wie immer sehr lecker und frisch. Aber besonders günstig sind heute die Bananen. Das ist ein super Preis. Nur 1,49 Euro das Kilo. Gut. Dann nehme ich ein Kilo Bananen. Und dann noch ein Pfund Birnen und drei Äpfel. Ja, gerne. Nummer 2 Hallo, Rosa. Hast du morgen Abend Zeit? Danke, Antonio. Ja, ich glaube schon. Wieso? Sollen wir ins Kino gehen? Kino? Hm, ich weiß nicht. Ich finde das Konzert im Jazz Group auch interessant. Okay. Unser Deutschkurs geht bis 5. Dann können wir irgendwo noch was essen. Und dann gehen wir ins Konzert. Gute Idee. So machen wir das. Nummer 2 Hallo, Rosa. Hast du morgen Abend Zeit? Danke, Antonio. Ja, ich glaube schon. Wieso? Sollen wir ins Kino gehen? Kino? Hm, ich weiß nicht. Ich finde das Konzert im Jazz Group auch interessant. Okay. Unser Deutschkurs geht bis 5. Dann können wir irgendwo noch was essen. Und dann gehen wir ins Konzert. Gute Idee. So machen wir das. Nummer 3 Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was kann ich Ihnen bringen? Ich möchte nur ein bisschen was essen. Vielleicht eine Suppe? Da kann ich Ihnen heute Tomatensuppe oder Kartoffelsuppe anbieten. Hm, oder vielleicht doch was anderes? Haben Sie auch Salate? Natürlich. Da haben wir zum Beispiel einen schönen gemischten Salat mit Käse oder einen Tomatensalat. Der ist auch sehr gut. Dann probiere ich mal den Tomatensalat. Und ein Bier bitte. Gerne. Nummer 3 Schönen guten Abend. Was kann ich Ihnen bringen? Ich möchte nur ein bisschen was essen. Vielleicht eine Suppe? Da kann ich Ihnen heute Tomatensuppe oder Kartoffelsuppe anbieten. Hm, oder vielleicht doch was anderes? Haben Sie auch Salate? Natürlich. Da haben wir zum Beispiel einen schönen gemischten Salat mit Käse oder einen Tomatensalat. Der ist auch sehr gut. Dann probiere ich mal den Tomatensalat. Und ein Bier bitte. Gerne. Nummer 4 Hallo Herr Bollack. Was machen Sie denn so spät noch hier? Ja, wissen Sie, Frau Jansen, ich habe doch morgen dieses wichtige Gespräch bei der Chefin. Und da muss ich noch was fertig machen. Ah ja, verstehe. Und am Wochenende feiert mein Vater 70. Geburtstag. Aber danach habe ich dann endlich Urlaub. Na, dann viel Glück bei der Chefin morgen. Danke. Nummer 4 Hallo Herr Bollack. Hallo Herr Bollack. Was machen Sie denn so spät noch hier? Ja, wissen Sie, Frau Jansen, ich habe doch morgen dieses wichtige Gespräch bei der Chefin. Und da muss ich noch was fertig machen. Ah ja, verstehe. Und am Wochenende feiert mein Vater 70. Geburtstag. Aber danach habe ich dann endlich Urlaub. Na, dann viel Glück bei der Chefin morgen. Danke. Danke. Nummer 5 Ich möchte im Sommer Urlaub in der Türkei machen. Haben Sie da was günstiges? Wann wollen Sie denn reisen? Ja, das geht eigentlich den ganzen Sommer. Was empfehlen Sie denn? Anfang Juli ist gut. Da ist es noch nicht so voll. Im August sind überall sehr viele Leute. Das ist nicht so schön. Sie können auch ab Mitte September buchen. Da ist es dann nicht mehr so heiß. Gut. Dann im September. Nummer 5 Ich möchte im Sommer Urlaub in der Türkei machen. Haben Sie da was günstiges? Wann wollen Sie denn reisen? Ja, das geht eigentlich den ganzen Sommer. Was empfehlen Sie denn? Anfang Juli ist gut. Da ist es noch nicht so voll. Im August sind überall sehr viele Leute. Das ist nicht so schön. Sie können auch ab Mitte September buchen. Da ist es dann nicht mehr so heiß. Gut. Dann im September. Nummer 6 Guten Tag. Ich rufe wegen der Wohnung an. Ist die noch frei? Ja, schon. Und wie hoch ist denn die Miete? In der Anzeige steht ja nur fairer Preis. Ich möchte 640 Euro für die Wohnung. 640 Euro? So viel? Ja, aber die Wohnung ist wirklich sehr schön. Und das ist natürlich mit Nebenkosten. Und es gibt auch einen Parkplatz. Gut. Kann ich später vorbeikommen und Sie ansehen? Ja. Nummer 6 Guten Tag. Ich rufe wegen der Wohnung an. Ist die noch frei? Ja, schon. Ähm, und wie hoch ist denn die Miete? In der Anzeige steht ja nur fairer Preis. Ich möchte 640 Euro für die Wohnung. 640 Euro? So viel? Ja, aber die Wohnung ist wirklich sehr schön. Und das ist natürlich mit Nebenkosten. Und es gibt auch einen Parkplatz. Gut. Kann ich später vorbeikommen und Sie ansehen? Hören 2 Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Sehr geehrte Damen und Herren, auf Gleis 4. Der ICE 577 nach Stuttgart fährt heute ausnahmsweise von Gleis 3. Ich wiederhole. Der Zug nach Stuttgart fährt heute von Gleis 3. Auf Gleis 4 fährt jetzt ein der verspätete ICE nach Amsterdam. Abfahrt 12.45 Uhr. Nummer 7 Herr Simon Kurz, bitte kommen Sie sofort zum Ausgang. Ihr Sohn Max wartet hier auf Sie. Herr Simon Kurz, bitte kommen Sie zum Ausgang. Herr Simon Kurz, bitte kommen Sie zum Ausgang. Nummer 8 Sehr geehrte Damen und Herren, der Flug LH4320 nach Brüssel ist jetzt zum Einsteigen bereit. Beim Einsteigen muss unser Servicepersonal auch nochmals Ihren Reisepass kontrollieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 9 Liebe Fahrgäste, wir kommen jetzt gleich zur Raststätte Allgäuer Tor. Wir machen hier nur eine kurze Pause. Sie können natürlich kurz aussteigen, aber alle sind bitte um 10.40 Uhr wieder im Bus. Wir möchten pünktlich weiterfahren. Dankeschön. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Bitte gehen Sie gleich zur Kasse. Morgen haben wir wie immer von 8 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Dankeschön und guten Abend. Hören 3 Kreuzen Sie an A, B oder C Sie hören jeden Text zweimal Nummer 11 Schönen guten Tag, Kuhnert hier von PrimaTours. Sie waren gestern hier im Reisebüro und ich habe jetzt ein tolles Frühlingsangebot für Sie. Ein Wochenende in Werder zur Obstbaumblüte. Das kostet im Doppelzimmer für zwei Personen nur 99 Euro. Rufen Sie bitte schnell zurück. Schönen guten Tag, Kuhnert hier von PrimaTours. Nummer 11 Schönen guten Tag, Kuhnert hier von PrimaTours. Sie waren gestern hier im Reisebüro und ich habe jetzt ein tolles Frühlingsangebot für Sie. Ein Wochenende in Werder zur Obstbaumblüte. Das kostet im Doppelzimmer für zwei Personen nur 99 Euro. Rufen Sie bitte schnell zurück. Nummer 12 Hallo Caroline, Beate hier. Du, mein Zug von Berlin nach München ist nicht gefahren. Ich bin jetzt in einem anderen Zug und komme erst 30 Minuten später an. Holst du mich dann um 17.20 Uhr ab? Nummer 12 Hallo Caroline, Beate hier. Du, mein Zug von Berlin nach München ist nicht gefahren. Ich bin jetzt in einem anderen Zug und komme erst 30 Minuten später an. Holst du mich dann um 17.20 Uhr ab? Nummer 13 Hallo Frau Kern, Makarovner hier von der Praxis Dr. Schubert. Sie können Ihr Rezept bei uns abholen. Aber heute Mittwochnachmittag haben wir geschlossen und morgen Donnerstag ist ja der Feiertag. Kommen Sie also bitte am besten am Freitag. Nummer 13 Nummer 14 Hallo Jens, Jakob hier. Du, mein Handy ist kaputt. Schick mir bitte keine SMS. Sollen wir denn heute im Fernsehen das Fußballspiel anschauen oder lieber Computerspiele machen? Bitte ruf mich an. Die Nummer ist 878-04-63 Nummer 14 Hallo Jens, Jakob hier. Du, mein Handy ist kaputt. Schick mir bitte keine SMS. Sollen wir denn heute im Fernsehen das Fußballspiel anschauen oder lieber Computerspiele machen? Bitte ruf mich an. Die Nummer ist 878-04-63 Nummer 15 Hallo Miriam, Stefan hier. Ich bin endlich gelandet. Wo sollen wir uns treffen? Ich glaube, der Ausgang hier ist zu voll und an der Information sind auch immer so viele Leute. Ich komme am besten direkt zum Bus. Also bis gleich, an der Bushaltestelle. Ich bin endlich gelandet. Wo sollen wir uns treffen? Ich glaube, der Ausgang hier ist zu voll und an der Information sind auch immer so viele Leute. Ich komme am besten direkt zum Bus. Also bis gleich, an der Bushaltestelle. Also bis gleich, an der Bushaltestelle. von der Bushaltestelle. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.